Der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen trennen sich 4 zu 2 und somit ist dies der erste Sieg in der noch jungen Bundesliga-Geschichte vom 1. FC Heidenheim im Gesamten verdient und Bremen hat ein bisschen Pech hinten raus gehabt, aber wie gesagt insgesamt ein verdienter Sieg für Heidenheim. Das 1 zu 0 durch Kleindienst einen Elfmeter, den es zurecht gab, guter Start für die Heidenheimer und allgemein war die erste Halbzeit sehr sehr gut. Es war dann Dingschi, der auf 2 zu 0 stellte kurz vor der Pause und alles schien in die richtige Richtung zu laufen, aber ihr wisst ja Heidenheim hat schon mal einen 2 zu 0 Vorsprung hergegeben und so schien es auch wieder zu laufen. Es war Duxch, der kurz nach Wiedernpfiff verkürzen konnte und knapp eine Viertelstunde später Weiser zum Ausgleich und während viele wahrscheinlich dachten, jetzt bricht die Moral von Heidenheim wieder zusammen oder die kriegen wieder einen Knacks weg, von wegen, es war nur ein paar Minuten später und Dingschi macht wieder den Führungstreffer zum 3 zu 2, während Beste in der 76. Minute dann für die Entscheidung sorgte 4 zu 2 und ich denke auch insgesamt ein mehr als verdienter Sieg für die Heidenheimer, die jetzt auf Platz 11 in der Tabelle sind und Bremen rutscht jetzt wieder so ein bisschen ab. Dass Bremen wieder Schwierigkeiten haben wird, denke ich, war etwas zu erwarten, aber heute ein bisschen Pech auch gehabt und einfach nicht so kalt schnallzig wie die Heidenheimer. Wie gesagt, Glückwunsch an Heidenheim und Bremen, da muss mehr kommen, aber ich gönne es Heidenheim und ich gönne, dass die Reise so lange wie möglich geht. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein!